Wir machen den Sehentest, gucken Sie mal ganz kurz hier nur auf das rote Tuch vor mir. Sie sehen noch nicht mein rotes Tuch? Das ist schlecht. Okay, passen Sie auf, das rote Tuch hier, das nehmen wir, das rote Tuch, okay? So, mit dem roten Tuch machen wir jetzt den Sehentest. So, fassen Sie ihn auf. Ich mache das noch mal ganz langsam. Ganz langsam, tue ich da hier rein. So, bist du drin? Ganz langsam, so. Achtung, jetzt sehe ich Ihnen den Tipp, jetzt kommt es drauf an, ne? Sehen Sie den? Den Tipp? Ich zeige Ihnen noch mal den Tipp. Sehen Sie den Tipp? Mein Gott, die anderen heute denken natürlich wir in der rechten Hand, aber wir beide haben es ja gesehen, jetzt sind wir noch in der linken. Haben Sie? Okay, Moment, Moment, Moment. So, rote Tuch jetzt ganz langsam hier in die linke Hand rennen, so. Und jetzt, Achtung, in welcher Hand ist das Tuch? In der linken oder in der rechten? In der linken? Ne, ist es nicht. In der rechten ist es auch nicht. Wo kann es denn nur sein? Gehen? Steig! Danke schön! Danke schön! Vielen Dank.